In der Lektion 72 erinnern wir uns, dass Groll zu hegen ein Angriff auf Gottes Heilsplan ist. Uns ist vermutlich über viele Stricken unseres Lebens überhaupt nicht klar, wie grollig wir unterwegs sind. Welchen Groll wir hegen in bestimmten Situationen. Was Groll überhaupt bedeutet. Groll ist immer Trennung. Immer wenn ich dich als von mir getrennt betrachte, bin ich im Groll. Und das ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Und wie wir gestern gehört, erinnert und gelernt haben, wird nur Gottes Heilsplan wirklich funktionieren. Alles andere kann nicht funktionieren, das ist unmöglich. Angenommen, dir schuldet irgendjemand Geld. Ich kriege öfters Mails, wo es sich um diese Dinge dreht. Angenommen, dir schuldet irgendjemand Geld und er bezahlt es offensichtlich nicht zurück. Obwohl er vielleicht sogar das Geld hätte oder vielleicht auch Schwierigkeiten ist, zurückzuzahlen. Du bist im Konflikt mit ihm, du bist im Groll mit ihm, du greifst ihn an, dann kommst du wieder in Frieden. Das kann sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte durchziehen. Ein ständiger Konflikt. Und du glaubst, dass dieser Konflikt deshalb ist, weil der andere dir Geld schuldet. Nein, das ist nicht der Konflikt und das ist auch nicht der Groll in dir. Das Ego benutzt die Situation, um Trennung länger wahrzumachen. Um Trennung länger deutlich darzustellen, denn du wirst Freude finden, die dir bestätigen, wie furchtbar das ist. Und das hätten sie nie gedacht von dem anderen und so weiter. Es dreht sich niemals um die Summe von Geld. Es dreht sich niemals darum, was der andere dir nicht zurückgibt. Es dreht sich immer darum, möchte ich noch weiterhin Trennung aufrechterhalten. Und dann tue die Dinge, die zu tun sind und unternehme auch deine rechtlichen Schritte. Du musst ja nicht wie ein Opferlamm auf dem Altar liegen, wo jeder darauf rumtrampeln kann oder Dinge tun kann. Nein, wir sind hier, wir fordern ein, was uns zusteht, aber wir wissen ganz genau, es dreht sich nicht um den Betrag. Es dreht sich darum, dass wir die Trennung, das heißt unseren Groll, nicht mehr wahrmachen. Und das Ego findet zuhauf Möglichkeiten, Trennungsgedanken, das heißt Körpergedanken, immer wieder offensichtlich darzustellen. Und so, dass dieses Beispiel, sollte ich einfach daran erinnern, es dreht sich nie um die Welt. Es dreht sich immer um dich, um deinen Geisteszustand. Es dreht sich nie um die Erziehung deiner Kinder. Es dreht sich nie um die Beziehung, von der du glaubst, dass du in ihr bist. Es dreht sich immer darum, in Verbindung zu treten mit dem Heiligen Geist. Es gibt auch wieder viele Menschen, die unterwegs sind und Beziehungsstress haben. Irgendwo schon aufgegeben haben in Beziehungen, sich entschlossen haben, einsam oder alleine zu leben und ihre Dinge zu tun, wie sie gerade Lust haben. Und dann lesen sie immer wieder mal Bücher, ja, ich sollte mich mehr selbst lieben. Ich sollte mich mehr selbst lieben ist ein Angriffsplan. Es ist Groll gegen Gott. Hast du das schon gewusst? Und so kannst du deine ganzen Selbstliebebücher, ja, vielleicht nochmal überdenken. Ich sollte mich mehr selbst lieben ist ein Angriff gegenüber Gott, ist Groll gegenüber Gott. Du kannst nur Liebe sein, aber ich möchte mich mehr selbst lieben, da ist das Ego wieder im Spiel. Es greift wieder an, es kann wieder Recht haben und du hast wieder getrennte Körper. Ich liebe mich ja jetzt mehr, aber mein Partner, der schafft das noch nicht und deshalb haben wir so eine gestörte Beziehung. Das sind alles Angriffspläne. Das ist alles Groll gegenüber dich selbst. Und das ist all das, was die Körperfunktionen und den Körper aufrechterhält. Was ist denn, wenn du im Groll bist? In deinen Zellen wird eine chemische Reaktion ausgelöst, nach der du mit der Zeit süchtig wirst. Du bist tatsächlich süchtig nach Angriff, süchtig nach Konflikt, süchtig nach Verlust, süchtig nach Mangel und so weiter. Und du weißt genau, ein Süchtiger beendet die Sucht nicht mit der Sucht. Ein Süchtiger beendet die Sucht, indem er seine Sucht aufgibt. Auch die seltsame Idee, ich muss mich mehr lieben. Der Körper ist letztendlich ein völlig neutrales Ding. Du siehst irgendjemanden auf der Straße laufen, meinetwegen eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann. Ich kann diese Person, ich sehe sie vielleicht gar nicht. Oder ich kann sie nicht auf diese Art und Weise sehen, wie du sie siehst, weil dein chemischer Cocktail auf eine ganz andere Art und Weise reagiert. Und was geschieht? Wir sind wieder getrennte Körper. Und diese getrennte Körperidee, ja, die geben wir hier auf. Auch die Idee, ich sollte meine Eltern mehr lieben. Pfu, das ist ein Angriff auf Gott. Ich sollte meine Kinder mehr lieben. Das ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Ich sollte hier oder da und so weiter. Das sind alles menschengemachte Ideen, um den eigenen Willen aufrecht zu erhalten. Das heißt, Trennung aufrecht zu erhalten. Und es wird niemals funktionieren. Niemals. Nur Gottes Heilsplan funktioniert. Und das heißt, nur Vergebung funktioniert. Nur durch die Liebe Gottes. Es ist ein Seinszustand, in dem ich nicht mehr mich liebe, sondern in allem in Liebe bin. Ein Seinszustand der Freude. Nicht wo ich in persönlicher Freude bin, weil gerade eine tolle Schublade aufgegangen ist, sondern in allumfassender, alldurchdringender Freude bin. Meine Persönlichkeit wird transzendiert. Und es dreht sich dann nicht mehr um mich. Es dreht sich dann nicht mehr um dich. Es dreht sich um das Licht, das wir sind. Und ich habe dann Freude daran, das Licht in dir zu sehen. Und nicht mehr meinen Kleingeist. Und ich muss nicht mehr irgendwelchen Traumexperten hinterherlaufen, die dir erzählen, wie du erfolgreich bist. Wie du dich mehr lieben kannst. Wie du glücklicher wirst. Wie du, 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 du. Nein, wir geben hier dieses Du, dieses Ich, dieses geben wir auf. Denn dieses Ich ist eben das, was uns ständig in der Trennung hält. Diese Ich-Idee ist das, was uns so klein macht, so klein hält. Und immer wieder im Mangel. Manchmal spüren wir ihn nicht tatsächlich. Manchmal glauben wir, jetzt sind wir auf der super Erfolgswelle. Oder machen super tolle Dinge. Oder wir sind ein toller Lehrer Gottes. Oder ähnliche Dinge. Es dreht sich niemals um mich. Niemals. Und das ist ein wunderbarer Lerneffekt. Wenn es sich nicht mehr um dich dreht. Wenn wir uns nicht mehr so wichtig nehmen. Guck mal, wie wichtig wir uns nehmen, wenn uns jemand Geld schuldet und es uns nicht zurückgibt. Jo. Das kann, das kann total verrückt abgehen. Wir nehmen uns so wichtig. Irgendjemand hat uns betrogen. Wir nehmen uns so wichtig. Oder irgendjemand liebt uns nicht mehr. Und deshalb kann es uns nicht gut gehen. Jedes Mal, wenn ich glaube, dass mich irgendjemand nicht mehr liebt und deshalb geht es mir gut. Ja, das ist der Heilsplan des Egos. Auch das Ego hat natürlich einen Heilsplan aufgestellt. Und dann müssen wir unsere Trauer, in der Trauer zerfressen wir uns dann selbst. Wir beschuldigen den anderen, wir greifen ihn an und wir merken nicht, wie sehr wir uns selbst beschuldigen und angreifen. Wenn dir jemand sagt, ich ziehe weiter des Weges, ich brauche dieses Umfeld nicht mehr mehr und du reagierst nicht in Liebe, dann bist du noch egozentrisch unterwegs. Wenn du glaubst, jemand anderem sollte dies nicht tun, damit du glücklicher bist. Er sollte dich nicht betrügen. Er sollte den moralischen Vorstellungen der Bibel nachgehen. Er sollte den menschlichen moralischen Vorstellungen nachgehen, damit du nicht verletzt wirst. Damit es dir besser geht. Das ist ein Angriff. Das ist Groll, den du in dir hegst und damit die Trennung immer wieder wahr machst. Und das müssen wir so deutlich betrachten, damit wir endlich aufhören, dieses Kinderspiel, dieses geistige Kinderspiel ständig zu spielen. Wir verletzen uns permanent selbst. Mein Partner liebt mich nicht mehr. Das ist so schrecklich. Was ist denn schrecklich? Dass du den Seinszustand der Liebe aufgibst und dich lieber auf den Groll fokussierst, auf die Trennung fokussierst, auf die Kleinheit fokussierst. Ja, ich muss mit meinem Partner zusammenbleiben, weil ich habe da noch ein paar traumatische Ereignisse aufzuarbeiten. Ja, das ist erstaunlich, was das Menschengeist ständig an Trennung, an Kleinheit und an Mangel hervorbringt und an Opferhaltung. Opferitis Humana wird ständig praktiziert. Du musst nicht mit einem Partner zusammenbleiben, weil du noch irgendwelche Traumata aufarbeiten musst. Du bist mit einem Partner zusammen, weil du süchtig nach Mangel bist. Weil du süchtig nach Schmerz bist. Weil du Angst hast vor der Zukunft. Und diese Angst ständig in deinem Geist wahr wird. Denn irgendwann, und das ist ziemlich sicher, wird er dich verlassen. Er wird gehen. Er wird dieses irdische Dasein aufgeben. Und schon bist du wieder im Groll. Und jeder Mensch ist ständig im Groll. Denn er macht nur eines wahr. Die Trennung. In allem. Und die majestätische Aufgerichtetheit lässt alle Dinge so sein, wie sie sind. Es muss nichts mehr verändert werden. Es muss nichts mehr gemacht werden. Jeder kommt und geht durch dein offenes Herz hindurch. Jeder bewegt sich durch dein offenes Herz. Egal, was du glaubst, was er ist. Ach, das ist mein Kind. Da muss es so laufen. Und das ist, naja, das sind halt irgendwelche Kinder. Da kann denn schon mal was passieren. Alles läuft durch dein offenes Herz hindurch. Das ist Liebe. Und das ist das Aufgeben der persönlichen Geschichte. Das ist das Aufgeben deiner persönlichen Identität. Denn dann findest du deine wahre Identität, die du nicht in der Welt findest. Die du natürlich nur in deinem Geist findest. Und deshalb ist dieser Kurs in Wundern eine Geistesschulung. Und keine Weltschulung, wie du hier besser manipulieren kannst. Wie du besser etwas erreichen kannst. Wie du schneller erfolgreich wirst. Das ist Kroll gegenüber Gott. Das ist dein Angriffsplan. Ah ja, wenn ich das tue, dann, wenn ich hier manipuliere, dann, das sind die Angriffsgedanken gegenüber dich selbst. Und du bemerkst es nicht. Ich kenne das zu Genüge. Und ich weiß, wovon ich hier spreche. Und deshalb kann ich diese in dieser Deutlichkeit benennen. Weil es offensichtlich ist, dass ich mir dadurch ständigen Schmerz zufüge. Wie sehr habe ich mir früher gewünscht, ich müsste in irgendeinem Bereich finanziell zum Beispiel erfolgreich sein. Und dann. Und dann. Ah ja, und dann. Nein, das Ego stellt die Welt an erste Stelle. Und wir hier, die wir uns mit dem Kurs in Wundern beschäftigen, wir stellen unseren Geisteszustand an erster Stelle. Wir überprüfen ihn ständig. Und wenn wir bemerken, dass wir wieder Trennung, das heißt Angriff und Kroll wahr machen, geben wir dies dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich möchte dies, ich möchte nicht mehr erfolgreich sein. Ich möchte nicht mehr mehr Geld haben. Ich möchte diese besondere Beziehung nicht mehr auf diese Art und Weise aufrechterhalten. Ich gebe alles dir komplett, vollständig. Ich möchte nicht mehr daran glauben, dass hier oder da mein Körper wahr ist. Mein Körper ist ein ganz und gar neutrales Ding. Ein Bio-Feedback-System, der mir signalisiert, heute geht es mir beschissen, heute geht es mir gut. Und wir wollen dieses Gutfühlen sowie dieses Beschissenfühlen. Wir geben alles dem Heiligen Geist, um die transzendente Kraft der Liebe, die im höchsten Maße wirksam ist und die ganze Welt heilt, wahr werden zu lassen. Das ist der Weg des Kurses im Wundern. Wir geben die Welt auf. Wir halten uns nicht mehr an der Oberfläche des Ozeans auf und blubbern etwas vor uns hin und schwätzen den ganzen Tag irgendeinem Blödsinn, labern irgendetwas herunter von glücklichen Geschichten. Wir gehen in die Tiefe. Wir gehen durch unser Selbstgefühl, durch unsere Weisheit hindurch und landen in der Quelle, die Quelle allen Lebens. Und alles hängt miteinander zusammen. Es gibt keine Trennung. Das Blubbern existiert nur durch, alles existiert durch die Kraft der Quelle. Und wenn ich dies anerkenne, werde ich überall Liebe sehen und nicht mehr mein Blubbern, nicht mehr mein Geschwätz und nicht mehr meine manipulative Idee, du solltest dich verändern, damit ich endlich glücklich bin. Du solltest mich lieben, damit es mir gut geht. Und das ist der Irrsinn, den wir uns täglich, minütlich, in jeder Sekunde antun. Süchtig nach Krankheit, süchtig nach Tod, süchtig nach Mangel versuchen wir hier einigermaßen zu überleben und wundern uns, warum hier oder da wieder etwas nicht gut läuft. Wir wundern uns über die Welt und ihre schlechten Geschichten, ihre seltsamen Jam-Trails, ihre Verschwörungstheorien. Wir sind die Verschwörungstheorien. Es ist uns, es ist dein Traum. Alles ist dein Traum. Es gibt keine äußere Welt. Du führst ständig Selbstgespräche, wenn du irgendjemanden angreifst. Ständige Selbstgespräche. Du plabberst den ganzen Tag und führst Selbstgespräche. Du führst Selbstgespräche, Selbstgespräche des Mangels, wenn du ständig deiner Krankheit ein Ja gibst. Wenn du glauben kannst, dass du krank bist, dann kannst du glauben, dass du ein Körper bist. Und solange du glaubst, dass du ein Körper bist, möchtest du dem Heilsplan Gottes nicht folgen. Im Gegenteil. Du leistest Widerstand. Und deshalb sind wir hier sehr sanft. Sehr, sehr sanft. Stück für Stück geben wir all dies auf. Stück für Stück lassen wir los. Was uns so sehr begrenzt. Was uns so sehr in unserem eigenen Gefängnis festhält. Unsere eigene Matrix der Hoffnungslosigkeit. Das soll dich nicht runterziehen. Das soll dir verständlich machen, was du dir den ganzen Tag antust. Und auf welche Art und Weise wir unseren eigenen Willen, unseren separaten Willen von Gott immer wieder wahr machen. Während wir eingesehen haben, dass der Heilsplan des Ego das Gegenteil von Gottes Plan ist, haben wir noch nicht betont, dass er ein aktiver Angriff auf seinen Plan ist und ein vorsätzlicher Versuch, ihn zu zerstören. Bei diesem Angriff werden Gott die Eigenschaften zugeschrieben, die eigentlich mit dem Ego in Verbindung gebracht werden, während das Ego die Eigenschaften Gottes anzunehmen scheint. Wir haben schon gesagt, du kannst Gott nur so sehen, wie du über dich selbst denkst. Und das Ego schwingt sich auf zu Gott. Es glaubt tatsächlich, es könnte den Traum ausdehnen. Es könnte den Traum manipulieren. Es könnte irgendetwas Besonderes tun. Das Drehbuch ist geschrieben. Der grundlegende Wunsch des Ego ist, Gott zu ersetzen. Tatsächlich ist das Ego die physische Verkörperung dieses Wunsches. Denn dieser Wunsch ist es, der den Geist mit einem Körper zu umgehen scheint, der ihn getrennt hält und allein sein lässt, so wie unfähig einen anderen Geist anders als durch den Körper zu erreichen, der gemacht ward, um ihn einzusperren. Die Begrenzung der Kommunikation kann nicht das Mittel sein, die Kommunikation zu entfalten. Und dennoch möchte das Ego dich glauben machen, dass das so ist. Wie begrenzen wir denn die Kommunikation? Durch die trennenden Gedanken. Liebe verbindet. Angriff trennt. Mein Groll trennt. Ich sollte mich mehr lieben, trennt. Ich sollte dich mehr lieben, trennt. Denn es gibt ein Dich und ein Mich. Und das ist der grundlegende Fehler. Und wir wollen hier Gott ersetzen. Das siehst du so oft in der Szene, wo tatsächlich noch geglaubt wird, du kannst etwas Besonderes erreichen. Das ist so lächerlich, so kindlich und trotzdem laufen Hunderttausende von Egos diesen Stimmen hinterher. Nur um etwas Besonderes zu sein. Das heißt nur unsere Kleinheit zu demonstrieren. Nur um angebetet zu werden als jemand, der es geblickt hat. Das heißt nur uns, um uns in unserer Kleinheit zu demonstrieren. Ich kenne das alles zu Genüge. Und der Kurs hat mich an einen Punkt gebracht, wo ich dir nicht mehr gefallen muss. Und das finde ich großartig. Ich muss keinem mehr gefallen. Und das finde ich genial. Wenn ich früher noch vermutlich auch die Podcasts aufgesprochen habe oder den Kurs weitergegeben habe, wollte ich immer noch etwas Besonderes sein. Ich sage nicht, dass ich dies vollständig aufgegeben habe. Aber ich bemerke deutlich, indem ich heute diese Worte an dich richte, dass es brückelt. Dass es nicht mehr wichtig ist. Dass es bedeutungslos ist. Denn die Lektion 1 wird mir immer wichtiger. Nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Also ich sehe auch mich in diesem Raum. Mich als Körper. Und dich als Körper mit irgendwelchen Gegenständen. Ich habe die Welt angefüllt mit Dingen, um die Trennung wahrzumachen. Das heißt, um Groll wahrzumachen. Um einen anderen Plan als den Gottes wahrzumachen. Auch wenn der Versuch, die von einem Körper auferlegten Begrenzungen aufrecht zu erhalten, hier offensichtlich ist, ist es vielleicht nicht ganz so klar, weshalb Grollhegen ein Angriff auf Gottes Heilplans ist. Doch lass uns überlegen, von welcher Art die Dinge sind, um deren Willen du zu Groll neigst. Stehen sie nicht immer mit etwas in Verbindung, was ein Körper tut? Das ist das, was wir vorher angesprochen haben. Ein Mensch tut etwas, was dir nicht gefällt? Oder er tut etwas und denkt etwas und sagt etwas, was dir nicht gefällt? Und schon glaubst du, dass dies wahr ist zum einen und bist im Groll gegenüber der Liebe. Die Liebe ist nie im Groll. Freude ist niemals unglücklich. Die Liebe kann nicht im Groll sein und, höre gut zu, wenn du willst, die Liebe will nichts anderes haben. Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe-Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser